Hier ist Florian von Flybus Adventures Kanal. Ich befinde mich hier immer noch auf Teneriffa auf einem 1,5 Kilometer langen Strand. Wollt ihr sehen? 1,5 Kilometer langer Strand. Und da hinten haben wir Schiffe. Genau und dann lass die Drohnen gleich mal darüber fliegen und dann gucken wir mal was da hinten eigentlich abgeht. Da vorne ist ein riesen Schiff. Da fliegen wir gleich mal hin und gucken wo es abgeht. Ich glaube das ist über einen Kilometer weg. Sie sind so nah aus, aber bestimmt ist es ganz schön weit weg. Hier schwimmen Leute. Mal gucken was hier noch abgeht. Wir sehen uns gleich wieder Leute. Lasst die Drohnen steigen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich freue mich auf jeden Kommentar auch mal. Und vergiss nicht einen Daumen nach oben da zu lassen. Euer Flavius. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.